Hallo Leute und herzlich Willkommen zu BeamNG Es muss aufhören Leute Wieso letzte Woche keine Videos kamen? Eigentlich ganz einfach, ich war einfach krank Und zwar nicht so easy krank, sondern schon ziemlich heftig krank Aber es geht jetzt mal weiter Hier sind Kommentare eingeblendet Du hast die Gebühr, ich kenne dir eigentlich auch was vorlesen, oder? Ah genau, Nightwolf oder Nightwolf, keine Ahnung Auf jeden Fall die geschrieben, ja ich hoffe auf Part 3 XT Ich habe mir aber mal überlegt, also es ging halt um Fernbus Simulator oder so Ich habe mir halt mal überlegt Wir hatten ja jetzt schon ein paar Unfälle Aber im Fernbus Simulator gibt es hier keine Crash Simulationen oder so Deswegen habe ich gedacht BeamNG ist perfekt Hier gibt es auch der Reiter Busrouten Okay wir nehmen hier so einen Safari Bus Wir gehen auf Safari Ich hoffe man versteht mich und alles ist okay So Leute wir sind jetzt hier Wir machen das mal automatisch Also automatisch das Ich glaube es ist Challenge genug einfach hier mit einem Bus zu fahren Brauchen wir nicht noch selbst zu schalten Wir haben hier jetzt so Pfeile am Boden Und wir müssen jetzt hier scheinbar halten Und direkt die ersten Leute mitnehmen Okay Oder wie nahe ich dir ist ein scheiß Bus Okay auf der Tastatur soll das scheinbar G sein Ah Okay das ist O auf der Tastatur Okay Ja wir müssen hier halt kurz rum switchen So öffnen Lol 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 Geile Cutscene auf jeden Fall Bus wieder anheben Und weiter zur nächsten Bushaltestelle Oh Gott dann müssen wir Ich dachte wir gehen auf Safari mal Jetzt müssen wir hier alle zwei Meter anhalten Oh geile Animation Geile Animation Let's go Tür schließen Zack hochfahren Und weiter geht's Oh ok ja das war ein bisschen eng Aber easy So Weitere Haltestelle So So Ah die soll um Guck mal Ja wie soll ich denn hier jetzt wenden Das ist doch ein Scherz Hä der Fall zeigt hier jetzt nach hinten Äh aber man sieht jetzt hier oben wo wir überall noch halten müssen Das ist eigentlich ganz geil Scheiß Alter wie hat sich diese Busruhe überlegt Nur ein bisschen Blechscherden Das ist normal Achso lol Hä What Ok keine Ahnung War ein bisschen verpackt Aber egal Alter noch bessere Animationen Von außen Bruder So weiter zur nächsten alte Stelle Ok da können wir scheinbar ein bisschen länger fahren Mal Hoffe ich Äh Also wieder geile Kamera Fuck Gut jetzt zur letzten Station Zu Gas Station Jetzt ist aber noch gar nichts Also Noch nichts zu Weltbewegendes passiert irgendwie Oh mein Gott Uff Okay haben wir die Leitplanke etwas heftig touchiert Komm mal ey die letzte Station haben wir wahrscheinlich Ok ich dachte nicht dass das so krass hoch geht jetzt Nein Was jetzt wenn ich mich resette Was hiermit Scheiße ich muss jetzt neu starten oder Neude Wir sind es trotzdem noch mal in Italien Ich dachte mir trotzdem ist eigentlich schöner Also jetzt muss ich mich wieder umstellen so Ja also mir fallen jetzt trotzdem in Italien das andere wurde mir auch ein bisschen zu doof Ich hoffe hier geht es besser und ich glaube das ist auch Halter wo wir nicht Wo wollen denn die mich hier wieder durchlocken Alter Ach sie ist natürlich Sehr schön aus Hey wie soll ich hier durchkommen Ich bin ein Bus Alter Holy cringe Ich will kein Busfahrer sein Never ever Was man hier dann Also eigentlich müsste man jetzt runterbremsen Aber egal Challenge Accepted Danke Ach scheiße Ich wollte gerade sagen Eigentlich Nicht mal so schlecht gekommen Aber irgendwie habe ich hier so ein bisschen eingehängt Let's try it again Vor allem Leute Hier Ich habe gerade gemerkt Tut mir leid Ich muss hier kurz ein bisschen schieben Tut mir leid Danke Es gibt jetzt auch irgendwie KI Scheinbar Ihr sitzt da oben Da fahren jetzt Leute rum Oha da jemand kommt mit einem richtig krassen Auto Tut mir leid Ich muss hier kurz wenden Oh Gott das wird jetzt lustig mit dem Glasdach Bus neigen und öffnen Oh die Scheibe vorhin ist ein bisschen kaputt Na egal Oha Wieder 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 Hollywood Szenen Alter Was macht der Ich wollte ihn überholen Und er zieht er mal rüber Wie ehrenlos Aber naja solche Leute gibt's Leute Oh ich muss hier raus Hauptsache Autobahnausfahrt einfach 30 Mein Gott Okay Jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen Wie dann hier Alter Hauptsache hier haben wir im Nix Ist ne Bushaltestelle Alles klar So als nächstes gehen wir Pizza Der Sole Wir gehen erstmal Pizza essen Ist auch verdient würde ich sagen Wenn wir hier so Anstrengende Busrouten haben Machen sie Platz bitte Danke Und das ist Ja gleich ein Unfall geben Und auch überall irgendwie so ein bisschen italienische Autos Überall Ferrari so und diese kleinen Keine Ahnung Ding ist halt Hallo Ich hab Vortritt Och Junge War aber auch unnötig von hier Ja selber schuld Haha Als ob Wünsche noch einen schönen Tag ne Och tut mir leid Das war nicht Absicht Ja jetzt müssen wir noch mal hier halten Waren wir doch schon vorhin Hier Leute ich glaube zweitletzte Haltestelle Oh ok das war ein bisschen zu spät gebremst Oh ne letzte Erfolg Wir hatten zwölf Minuten Oha Eins sogar Also wahrscheinlich das Beste Oh mein Gott Leute Das war nicht immer so einfach Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like und ein Abo da Teilt mich Auch Würde mich auch freuen Und dann Ja Bis zum nächsten Mal Tschüssi Bis zum nächsten Mal